Lieber Michael Wendt, ich freue mich, Sie wieder in Riesa begrüßen zu dürfen. Es ist wie immer eine große Ehre. Was haben Sie uns denn diesmal Tolles zu verkünden? Also erstens freue ich mich natürlich, dass wir so einen schönen Tag hier haben und hoffen, dass dann das Wetter im November, Dezember auch so schön ist. Dafür ist ja der Bürgermeister zuständig. Und wir freuen uns, dass wir dieses Jahr wieder die Schautanz-Weltmeisterschaften nach Riesa bringen können, wie den Jahren davor auch. Letztes Jahr war es ja eine sehr schöne Europameisterschaft, jetzt aus aller Welt wieder und wir haben von allen Kontinenten Tänzer da. Und natürlich dann, das ist ja so mein Baby, die Stepptanz-Weltmeisterschaften, das Schönste vom Schönen. Ja, ich freue mich natürlich auch, wie alle Riesainnen und Riesa, auf das Highlight im Herbst, im Winter. Wir werden Athleten aus 30 Ländern haben. Riesainnen und Riesa werden wieder alles tun, wie immer beste Gastgeber zu sein. Wir freuen uns alle auf wunderbare Shows, auf sportliche Höchstleistungen, auf wunderbare Emotionen in unserer Arena. Ich denke, das Riesa-Publikum ist bekannt, ist bereit. Es wird wieder die gewohnt tolle Atmosphäre geben, weil die Riesainnen erkennen und Riesa, welche große Leistung hinter diesen sportlichen Events steckt. Ja, man muss dazu auch wirklich sagen, dass die Tänzer überall immer wieder sagen, das beste Publikum ist in Riesa, es ist neutral, es gibt allen Tänzern einen großen Applaus, es fiebert mit und deswegen kommt man hier eben auch so gerne und Riesa ist eben in der Welt bekannt für Tanzen. Also, see you in Riesa ist ein sehr klares Wort, was ab jetzt so zwischen den Tänzern überall in der Welt gesprochen wird. Ja, da bleibt mir nichts weiter übrig, als zu sagen, wir freuen uns. Welcome to Riesa, welcome to the capital of dance. And let me say hello and all the best for all the dancers of the IDO. We welcome you in Riesa very soon, in November for showdance and the end of November, December for tapdance. We will have wonderful competitions here on the big stage in the Sachsen Arena in Riesa and hope to see you. We will be there, so you must come now. We are looking forward. Have a good trip. We are looking forward. 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 Vielen Dank.